Bei uns drinnen hat sich das Randl, das ist ein altpolitischer Sport, Ringkamp, hat sich da gehalten. Ich freue mich, dass auch einige Leute zusammengekommen sind, zwar nicht ganz so früh, aber immerhin, ein paar sind da, das ist schön. Und ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu der offenen Kingkamp-Meisterschaft 2011 da heraus. Und ich hoffe, dass das gerne sportliche Kämpfe werden und dass ein bisschen Stimmung zusammenkommt. Und ich denke, das ist halt schade, dass wir ein wenig klein haben, aber ich denke, wir werden richtig gerne Spaß haben und machen wir das Beste draus. Also, fangen wir auf weiter. Und jetzt, beide Akten fertig, zieht! Und jetzt sind wir der Berner Flüger, das ist ein Pressentoto. Beide Akten fertig, zieht! Ja, und hart undente Tor. Jeder macht sowas einfach am besten Digare im Start. Beide Akten fertig, zieht! Beine Haken, fertig, zieht! Auf geht's! 3 Ja! Da ist es zu unterschapen! Noch mal, 1, 2, 3 Ja! Ja! Was? 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 Ja! Ja! Ja!